In diesem Video dreht ihr sich um die immer wieder gestellte Frage, welchen Operator soll ich mir holen? Welche das sein können und die Dinge, die ihr dabei vergleichen oder beachten müsst nach dem Intro. Ich werde versuchen, alle möglichen Aspekte wie euren Spielstil oder eure Geschwindigkeit, die ihr gerne spielt, zu berücksichtigen. Immer wieder bekomme ich von euch Nachrichten im Chat oder sonst wo zum Thema, soll ich mir Operator X oder lieber Y holen? Und daher dieses Video. Fangen wir mit der ersten Sparte an und das wären die Operator in der Verteidigung. Da hätten wir zum einen Legion und Legion ist fast schon ein Must-Pick. Seine Gouminen eignen sich perfekt, um Fenster, Türen, Gänge, Räume oder auch das Objective zu sichern, je nachdem welchen Modus ihr spielt. Nicht umsonst wird er auch sehr oft gepickt. Es kann als Angreifer schon echt hart nerven, wenn man in eine seiner Gouminen tritt und sogar ein Push kann durch seine Minen gestört werden. Seine Waffe ist definitiv brauchbar, zumindest die SMG und man kann noch zwischen einer Impact-Granate und einem Schild wählen. Aufgrund seiner Werte und der Fähigkeit empfehle ich ihn On-Spot oder eher noch Nier-Spot zu spielen. Klar können seine Fallen von Waffen, der Twitch-Drohne oder einer EMP-Granate zerstört werden. Es ist aber oftmals so, je länger die Zeit verstreicht, desto weniger achten einige Spieler auf die Minen. Und ich rede natürlich von denen, die noch nicht zerstört wurden. Seine Waffe macht zwar nur 30 Schaden, hat allerdings eine Feuerrate von 900 und das geht definitiv klar. Ich finde, Legion ist einer der sinnigsten Operator aus den DLCs. Team Kanada kommt mit Frost. Viele wissen, wer mir in ihre Matten kontert, viele wissen es anscheinend noch nicht. Ich persönlich renne wenig in Fallen, bin allerdings dann damit beschäftigt, diese zu finden und zu zerstören. Was natürlich abhängig davon ist, ob ich einfach so rankomme oder ob ein Gegner zwischen mir und der Matte steht, dann muss ich den erstmal rausnehmen. So, wie bei Legion, moin, können Fenster, Türen, ETC mit einer Matte gedeckt werden. Oder auch Gänge nicht zu vergessen, lasst eure Kreativität frei laufen. Frost empfehle ich ganz klar als Nier-Spot oder On-Spot-Operator. Roamen kann man zwar, aber da gibt es bessere Alternativen. Kleiner Funfact, ich hab mal nen Doc Roamen sehen, das ganze Spiel über war nicht funny. Falls man sie in der Nähe ihrer Fallen spielt, hat man auch gleich den Vorteil, wenn jemand reinspringt und injured ist, dann kann man sich gleich mal den Frag holen. Ihre Waffe, die SMG für dich, Black Eyes Hub, macht 43 Schaden. Bei einer Feuerrate von 575 ist auch in Ordnung. By the way, in der neuen Season wird ihr Schild rausgenommen und sie bekommt dafür die neue kugelsichere Kamera. Das heißt, mit Operation Parabellum haben Frost, Castle, Doc und Mute keinen Schild mehr und Cavera und Vigil keinen Stacheldraht mehr. Als kleine Zusatzinfo für euch. Damit sind die Fallensteller eigentlich durch. Ich gehe nicht auf die ursprünglichen Operator ein, weil man sich von den Boys natürlich fast jeden holen kann, ob im Angriff oder in der Verteidigung. Gut, außer den Lord, aber der ist auch mehr ein Fun-Operator. Besonders nützlich ist er nicht, aber es ist der Lord. Außerdem dürften die meisten von euch die Standard-Operator sowieso schon alle haben. Mal Hand aufs Herz, nur ganz kurz, diese Frage, welchen Operator soll ich mir holen, hängt echt ganz stark davon ab, was euer Spielstil ist und welche Fähigkeit ihr besonders gut findet, beziehungsweise wovon euer Team am meisten profitieren würde. Es gibt auch Teams, da muss zum Beispiel jemand eine Hibana spielen, weil sein Kumpel die nicht hat, obwohl derjenige lieber etwas anderes als Hibana spielen würde. Sowas gibt es auch. Wie ihr eure Entscheidungen zum Kauf leichter trefft, erkläre ich aber gleich nochmal. Als allerersten Roamer habe ich hier für euch Cavera. Wer hätte es gedacht? Ihre Pistole mit 99 Schaden auf Kopf, dann ein Verhör, also ihre Fähigkeit. Gegner aufgedeckt. Perfekt. Auf vielen Maps sinnvoll, gutes Loadout, Hard Impact, Cavera halt. Dazu noch die Shotgun. Alles andere macht für mich bei ihr keinen Sinn, da ihre Pistole schon wirklich krass ist. Was man für sie braucht, sind gute Mapkenntnisse. Man muss wissen, von wo der Gegner normalerweise kommt, pro Map natürlich, wie und wann man flankiert. Und sie mag zwar auf den ersten Blick einfach wirken, ist sie auch, aber für den einen oder anderen, der an seine Grenzen kommt und öfter stirbt, als er verhören kann, der sollte sich noch intensiver mit dem Spiel auseinandersetzen. Aber nicht umsonst habe ich einen Roamer Guide gemacht. Guckt mal unten in die Videobeschreibung. Wer nicht so gutes Aim hat, kann das zum einen trainieren und zum anderen die Schrotwinde nehmen. Es ist sowieso immer besser, nah am Gegner zu sein, damit man möglichst schnell ein Verhör durchführen kann. Bei Cavera gehen die Meinungen zwar auseinander, ich finde sie trotzdem sehr stark, gerade für schnelle Spieler, die immer wieder die Position wechseln und alles abgrasen wollen auf der Map. Außerdem ist sie super, um den Flow des Angreferteams zu stören. Vigil! Ich kenne wenige gute Vigil-Spieler, dabei ist er mega gut für Top-Fragger. Also Spieler, die gutes Aim haben, aber auch ein hohes Verständnis vom Spiel. Und dementsprechend mit vielen Kills aus dem Game gehen. Aber Kinder, merkt euch, viele Kills sind nicht alles in Rainbow Six. Seine Fähigkeit hilft ihm, nicht ausgedroht zu werden. Aber die Boys werden trotzdem wissen, irgendwo in der Nähe der Drohne muss Vigil sein. Heißt, sie werden euch erwarten und damit könnt ihr arbeiten. Seine Tarnung kann den Effekt haben, dass der Gegner entweder langsamer ins Gebäude geht, sich einen anderen Weg sucht oder versucht, euch rauszunehmen. Alle drei Optionen stören die Angreifer auf dem Weg zum Objective und kosten mehr oder weniger Zeit, wenn der Vigil das richtig spielt. Zudem ist er ein 3-Speed-Operator und seine Waffen sind super gemacht für den Job. Entweder die zwei Schussflinte oder seine SMG. Hier gibt es zu, Vigil nicht zu sagen, er ist ein sehr einfach gehaltener Defender, weil es nicht schlimm ist. So kann man sich ganz aufs Roaming konzentrieren mit allem, was dazugehört. Ela und Valkyrie stecke ich in einen Punkt, denn Ela, ja man, die wird einfach totgenervt. Die Waffe, dann bekommt sie noch weniger Punkte, wenn jemand in ihre Mine latscht. Ich meine, sie ist immer noch stark, auch wenn die Waffe hart am Verziehen ist bei Dauerfeuer, also viel Spray-Control gibt ihr da nicht. Ich würde mir wünschen, wenn es immer noch Ela-Spieler oder sogar Mains unter euch gibt, die in den Kommentaren ihre Erfahrungen mit den anderen teilen und vielleicht sogar Tipps geben können zu der neuen Ela, wie man mit ihr umgehen sollte, gerade in Bezug auf die Waffe. Ich denke, da würden sich viele von euch drüber freuen. Wie ich bereits sagte, ich finde sie immer noch stark, aber es ist ein gewisses Risiko, was man eingeht, wenn man sich diesen Operator holen will. Valkyrie ist Macht wegen ihrer Kameras. Wer von euch zum Beispiel League of Legends kennt oder gespielt hat, der weiß, Vision ist unglaublich wichtig, also der Bereich, den man sehen kann. So ist es auch in Rainbow Six. Wissen, was der Gegner tut oder vorhat, ist mitunter Spielentscheidung. Valkyries Waffe mag nicht die beste sein, ich weiß das, aber mit dem richtigen Aim ist alles möglich. Plus, man muss nicht immer auf Kills gehen, man kann sie auch On-Spot oder Näh-Spot spielen, um den Gegner am Ende in den Rücken zu fallen. Echo und Mira vergesse ich natürlich nicht, sind beides On-Spot-Verteidiger aller, allerhöchstens Näh-Spot, aber niemals mit den beiden Roamen gehen. Echo's Drohne, beziehungsweise mit Parabellum kommen ja zwei Drohnen, sind immens wichtig, vor allem in der letzten Phase. Sollte der Gegner versuchen, die Bombe zu placen, könnt ihr das mit dem Impuls aus der Yo-Kai-Drohne stoppen und den Plant so stören. Er ist völlig unterschätzt, finde ich. Er ist auch einer von diesen Operatoren, die wirklich nützlich sein können. Seine Waffe macht zwar nur 30 Schaden, aber kompensiert das dank einer Feuerrate von 800 ganz gut. Außerdem hat er ja noch die B-Ring als Zweitwaffe. Wer also gerne On-Spot spielt und das Team supportet, der es mit Echo gut bedient, Nachteil ist natürlich, dass man eine gute Position braucht, um lange in der Drohne bleiben zu können, ohne direkt rausgenommen zu werden. Mira haben wir auch noch und sie hat mit ihren Fenstern und ihrer extremen Feuerrate auf der Vector eine Daseinsberechtigung. Beide Operator sind auf vielen Maps einsetzbar und eine gute Ergänzung zum Line-Up. Man hat ein gewisses Risiko bei beiden, einmal wenn die Yo-Kai zerstört sind und wenn die Mira-Fenster geöffnet sind. Ich denke allerdings, jeder weiß, wie Ätzend Mira-Walls sein können, wenn man im Attack ist. Ihr Vorteil ist natürlich, sie kann Gegner sehen, bevor sie gesehen wird, wenn sie sich hinter ihrem Fenster befindet. Damit habe ich jetzt alle DLC Operator eine Verteidigung durch, welche ich euch guten Gewissens empfehlen kann. Legion, Frost, Cavera, Vigil, Echo, Myra und Valkyrie. Über Alibi wird noch ein eigenes Video kommen, aber auch sie empfehle ich jetzt schon. Sie ist schnell, hat eine hohe Feuerrate auf ihrer SMG und eine nice Fähigkeit mit den Hologrammen Maestro. Empfehle ich nur bedingt, aber dazu mehr, wenn Parabellum erschienen ist. Ich komme darauf zurück, euch die Entscheidungen beim Kauf von Operatern zu erleichtern. Ihr müsst darauf achten, wie ist euer Team aufgestellt? Habt ihr überhaupt ein Team? Spielt jemand Mains? Und wie spielt ihr selbst eigentlich? Allein diese Punkte sind wichtig, denn ihr müsst euch mit den Operatern wohlfühlen. Es bringt nichts, sich zum Beispiel einen Echo zu kaufen und am Ende sagt man so, nö, den mag ich eigentlich gar nicht und ich bin auch mehr der Roamer. Dann kommen Cavera oder Vigil eher in Frage. Übrigens soll dieses Video auch Leuten helfen, die zum Beispiel kein Geld für den Season Pass oder so haben, die sich damit schwer tun, welchen Operator sie nehmen müssen. Dem möchte ich so ein bisschen die Entscheidung erleichtern. Und vielleicht helfe ich ja dem einen oder anderen sogar. Kommen wir jetzt noch zu den Attackern, aber diesmal ein bisschen schneller, damit das Video keine Überlänge nimmt. Da empfehle ich unter anderem sehr, sehr stark IQ. Sie wird immer wichtiger, da unter anderem Twitch nur noch maximal 10 Dartpfeile hat und auch die MP-Granate von Thatcher nicht mehr alle gegnerischen Gadgets zerstört. Ihre Fähigkeit ist also umso wichtiger geworden. Noch dazu ist sie in 3-Speed und hat Granaten. Und das macht sie definitiv zu einem sehr, sehr guten Pick. Sie ist zwar kein DLC-Operator, aber in Zeiten so vieler Gadgets ist sie extrem wichtig, vergesst das bitte nicht. Und auch Team Kanada spielt ihr wieder mit. Seine Fähigkeit ist die Unterlauf-Schrotflinte und die ist auf Maps wie zum Beispiel Chalet mega wichtig. Sie ist also gut, um Decken als auch Böden zu öffnen. Ich persönlich mag sein Sturmgewehr überhaupt nicht. Das macht ihn allerdings noch lang nicht zu einem schlechten Operator. Man kann mit ihm zum Beispiel die Gadgets von Bandit ausschalten, wenn man ein vertikales Gameplay macht und eben durch die Löcher entdecken und Böden einzelne Gegner rausnehmen. Hibana! Sie ist ein 3-Speed-Operator und hat auch eine ganz gute Bewaffnung. Ihre Fähigkeit, also der X-Kairos-Werfer, der kann zum Beispiel Dropper bzw. Hedges aufmachen oder auch verstärkte Wände bis zu einem gewissen Punkt. Sie übernimmt eine sehr wichtige Rolle und ist auch einer der Operator, die ich mitempfehlen würde, sie definitiv zu kaufen. Auch die letzten beiden fassen sich zusammen und zwar Ying und Sophia. Ying eignet sich zum Beispiel sehr, sehr gut dafür, einen Push durchzuführen, indem sie einfach ihre Candelas in den Raum wirft, die Gegner flasht und sie dann zu Tode gepusht werden. Vor allem gerade, nachdem der LMG-Schaden erhöht wurde. Mit Sophia erhält man natürlich auch ein paar sehr starke Waffen, aber auch eine sehr starke Fähigkeit. Denn mit ihrem Double-Barrell-Launcher kann sie nicht nur unversteckte Wände zerstören, sondern zum Beispiel auch Schilde, die die Verteidiger aufgestellt haben, als auch Elaminen quasi in Granatenform in den Raum schießen. Dadurch werden die Verteidiger verlangsamt und auch so ein bisschen gestunnt. Ich denke mal, ich habe die Frage, welchen Operator soll ich mir holen, reichlich beantwortet. Und wer es immer noch nicht weiß, der sollte sich auf jeden Fall die Fragen stellen, welchen Operator möchte ich haben, was soll der können, wie spiele ich, was braucht mein Team und auf welcher Map spielen wir. Es gibt also so gesehen keinen schlechten und keinen besseren Operator. Operator sind auch sehr situationsabhängig, stark oder schwach. So würde ich zum Beispiel für Wände eher Thermite nehmen als Hibana und eher Hibana für Hedges als Thermite. So kann man zum Beispiel auch beide Operator mit reinnehmen in den Angriff. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Es ist ein bisschen umschweichend geworden, wirklich langatmig geworden. Aber wer bis jetzt reingeblieben ist, da freue ich mich drüber. Und ich würde jetzt sagen, ich bin raus, euer ODIX. Und ciao.